Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier in TRANCEM World 2 und zwar vom Rhein-Ruhr-Express hier in unserem Flirt von Stadler. Ja, diese Lackierung gab es mal wirklich. Sie ist in diesem Sinne realistisch und wir fahren heute mal mit der zwischen Köln und Aachen und gucken uns vorher noch einmal hier im Hauptbahnhof um. Interessant ein Szenario und dabei haben wir tatsächlich nur Zugzieherzeige. Wird wohl irgendeine Mod sein. Hier haben wir noch Dostos, Intercity, ICE, TALENT 2, Intercity, Eieiei. Mal wieder bestens alles gefüllt. Dann einmal Generalschlüssel umgestellt, Fahrtrichtungswände und Vorwärtsstellung, Türen links auf. Dann sorgen wir dafür, dass die Gäste noch Licht haben. Die 423 da vorne fährt gerade aus. Sehr schön. Zugbremse können wir schon mal anlösen. So, bisschen Licht machen wir uns noch an. Sicherungssysteme bleiben selbstverständlich aus, da wir keine PZB und so weiter verbaut haben. Flirt als Zugzielanzeige kann bleiben, oder? Ja doch. Bleiben wir hier beim Flirt. Und dann würde ich sagen, hätten wir eigentlich, glaube ich, soweit alles. Sehr schön. Noch ein kleines Foto. Wir sind übrigens in Doppeltraktion unterwegs. Okay, so. Dann würde ich sagen, bremsen, lösen. Und auf geht's. Wir dürfen mit 60 ausfahren. Das Szenario ist von Tom Fresco und gibt's im Creators Club. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Ein riesengroßes, herzliches Dankeschön für das Szenario. Und das Repent gibt's übrigens auch im Creators. Ne, da nicht. Aber es gibt's im Raisin Forum. So, da kommt der nächste Intercity. Also man kennt das KI-Verkehr verbaut bis zum Anschlag. Sehr schön. Parallelausfahrt. Das ist mal wieder hier die Szenarioqualität, ne? Jetzt haben wir einfach eine Parallelausfahrt. Und ab hier dürfen wir dann 80, sobald der ganze Zug dran vorbei ist. Aber der Zug, der vorne hat halt zu erwarten, tja. Dann würde ich sagen, mit dem V-Solzsteller gehen wir hoch. Und die Leistung wird dann aufgeschaltet. Ach, guckt euch das an. Guckt euch das an. Also Szenarioqualität lässt absolut nicht zu wünschen übrig. Und da kommt schon die nächste S-Bahn. Und ab hier tatsächlich 140, also gehen wir mal mit dem V-Solzsteller hoch. Müssen aber anhalten. Nein, nicht Vollbremsung. Hast du jetzt eine Vollbremsung gemacht? Ups. Ja, Skills. So. So. Und bremsen. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, und wir halten an. Türen auf. Können uns einmal hier mal umgucken, auch in unserem Zug. Der Innenraum ist natürlich hier der Schweizer Innenraum. Huch. Naja, gegen ein Teilzeigen das Signal anfahren. Nicht die beste Idee. Ich würde niemals auf solche Ideen kommen. Tür zu. Und, ach, zu früh die Türen zugemacht. Ja, verdammt. Ja, los, mach die Tür auf. So, und wieder zu. So, und wieder zu. So, wir dürfen tatsächlich 160 fahren. Und haben 14 Kilometer bis zu unserem nächsten Halt. Also, passt das. Signale müssen wir natürlich trotzdem im Auge behalten. So, wir müssen jetzt hier. so genug fotos gemacht konzentrieren wir uns mal als auf die strecke ja unterwegs auf köln aachen und das szenario gibt es im kreativ club auch wenn es das nicht mehr gibt das liegt halt an lizenz rechtlichen sachen umständen allerdings gibt es das repaint noch zum downloaden auf dem racing forum ob das war ne doch nicht ich dachte da stand dass wir 250 fahren soll ok genau also im racing forum gibt es noch das repaint zum downloaden heißt also wer am pc ist kann das ganze auch dennoch noch nach spielen der flirt ist der von revit games der mit der strecke luzern suchsee mitgeliefert worden ist dementsprechend deshalb keine pzb verbaut damit müssen wir jetzt hier leben aber ich glaube das ist okay okay das signal war irgendwie gestört interessant und das signal ist allerdings grün so neun kilometer müssen wir anhalten genau jetzt noch neun kilometer und wir sind jetzt beim kilometer neun acht heißt also bei kilometer 17 irgendwas ja bei kilometer 17,5 könnten wir vielleicht anfangen zu bremsen ist ja vielleicht keine schlechte idee die lackierung gab es tatsächlich in realität der flirt 1 der eurobahn war mal tatsächlich oder einer von den flirts der europa an war tatsächlich mal hier in der reno express lackierung unterwegs gewesen noch bevor es die die zero hat sie züge gab die ja jetzt heute in diesem gewand unterwegs sind vorher wurde halt versuchsweise um denke ich mal das design vielleicht ein wenig zu testen eine eurobahn flirte 1 garnitur genommen und dementsprechend ziemlich genau so wie es hier aussieht auch so zu lockieren und ich finde es hat was das steht und so ganz gut so fünf kilometer noch unterwegs sind wir glaube ich auf dem re 1 wenn ich das richtig im kopf habe gut die eurobahn flirts waren halt nicht auf dem re 1 unterwegs das muss man jetzt vielleicht auch noch dazu sagen sondern auf anderen linien da so von der eickel und so in dieser gegend waren die unterwegs und mehr so richtung ostwestfalen würde ich behaupten so noch drei vier kilometer dann müssen wir anhalten da kommt auch schon die nächste s-bahn okay das ist eine ankündigung auf 80 würden wir jetzt natürlich bestätigen und mit der geschwindigkeit herunter ich habe hier gelten die 80 das ja ist habe ich jetzt nicht ganz geschafft aber wir fahren ja ohne pzb und ihr wisst ja ich bin ja kein profi und hier vorne ist dann auch der schon der bahnsteig von harem also runter mit der geschwindigkeit so und ja Ja, halt langsam an. Wie die Faust aufs Auge. Sind die in Doppeltraktion unterwegs, hier mit dieser automatischen Kupplung, können wir auch gar nicht trennen. Wie die Faust aufs Auge. Das war's. wir dürfen 80 fahren also stemmen das mal eben auf einem voll sollsteller so dass es gibt macht wobei wir bestimmt jetzt gleich hier wieder auf streckengeschwindigkeit hoch dürfen 160 so 160 als nächstes halbmentüren in 19 kilometern heißt also bei kilometer was dann 38 ungefähr kann zumal hier im führerstand umgucken ob wir das führerstandslicht das wir aktivieren können wir können hier verschiedene in kupplungsmechanismen aktivieren hier können wir die waren lichter aktivieren spitzen signale sind eigentlich an fahrgastraumbeleuchtung können wir hier an und ausschalten parkbremse die sind nicht bedienbar federsprecherbremse das ist die klimaanlage seitenheizung machen wir uns mal an dann haben wir sogar unterschiedlichen ton das finde ich ziemlich cool und was auch geht hier vorne seht ja hier die fenster die spiegel wenn ich dann und man kann es so ein bisschen glaube ich hier erkennen genau zack also schon cool gemacht cool gemacht andere seite fährt sich natürlich auch aus da was haben wir hier noch eine notbremse die brauchen wir nicht zugbremse telefon was man halt nicht alles so braucht im führerstand das einzige was halt nicht ganz so cool ist ist dass hier vorne die kv anzeige nicht dementsprechend was hier tatsächlich durch die überleitung fließen sollte eigentlich sollte nämlich 15 kv durch die oberleitung fließen und nicht 17 aber okay dann ist das halt so wir haben eigentlich glaube ich eine recht ruhige fahrt vor uns keine großen hindernisse voraus ich denke nicht dass wir großartig vor roten signalen halten werden sondern in einem wisch durchkommen nach aachen wo dann ein kollege oder eine kollegin übernimmt kopf macht und dann wieder zurück in richtung aachen in richtung göllen fährt der 1 fährt glaube ich bis nach dortmund ne ich glaube der fährt die relationen aachen dort und wenn ich das nicht komplett falsch im kopf habe es kann natürlich sein dass ich es falsch im kopf habe also keine angaben ohne gewehr das kennt ihr elf kilometer noch dann sind wir in düren oder wie menschen die sich für äußerst artikuliert halten sagen würden ich würde natürlich sowas niemals sagen ja was lässt sich über düren sagen halli hallo düren ist eine stadt mit rund 91 300 einwohnern eine mittelstadt und liegt am nordrand der eifel zwischen aachen und köln und des verwaltungssitzes des gleichen armen kreises wie mitglied der euregio maas rhein ja sehr interessante informationen zu einem vermutlich nicht als interessanten ort bestimmt sieht sie schön aus immerhin ist es ja hier die eifel sieben kilometer noch erst mal vorbeifahrt also ich muss sagen ich mag ich mag den flot sound technisch erst nicht 100 prozent realitätsgetreu aber es klingt auf jeden fall nach einem flirt und es klingt halt an sich einfach nicht besonders schlecht also man hat halt gut die fahrsounds man hat die roll sounds man hat die weichen sounds glaube ich auch teilweise zumindest mit drin also dazu fühlt sich schon schwer an das ist ein wichtiges kriterium um da in irgendeiner form der einen höheren grad an immersion zu schaffen die bedienung des zuges fällt auch an sich recht leicht klar okay wenn man mit etcs fährt ist das momentan ein wenig noch verpackt leider also jetzt auf der strecke lucian so auch sie und der steht von dem roten signal ja ja gar nicht wir können ja schon mal die leistung rausnehmen und einfach mal wollen lassen so dann fangen wir mal an zu bremsen und noch ein kilometer da ist der bahnsteig also bremsen ruhig ein bisschen stärker ein ruhig ein bisschen stärker ein fernster lässt sich übrigens auch öffnen tür auf kommen uns mal in düren um vorne haben wir die drehscheibe die ehemalige beziehungsweise es ist immer noch eine drehscheibe aber das ist halt eine nicht mehr funktionsfähige drehscheibe oder können wir da rein nee da ist auch glaube ich gar nichts mit drin ne hier ist eine unsichtbare wand ja doch das ding ist leer so was haben wir noch hier waren glaube ich früher dann mal gleise ergibt ja sinn und hier sind auch noch gleise ja gucken uns mal hier in düren um eigentlich müsst ihr irgendwo noch ein fluss sein in der nähe aber der ist nicht hier ist ja auch egal darum geht es ja nicht es geht viel eher um wo fährst du hin ja in richtung kalten ach ich kann doch ich kann hier rein von hier aus irgendwie ein screenshot na komm schon ich entschuldige die sehr schlechte kamera führung oh oh wir fahren los hey lass mich hier raus ja Okay, Vollstoff. Wir gehen hoch auf die 160 und halten dann in 9 Kilometern in langer Wehe. Okay. 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 so sechs kilometer noch also ich muss wirklich sagen Köln Aachen ist eine schöne Strecke doch also es gefällt mir tatsächlich doch immer wieder hier lang zu fahren sie ist zwar jetzt nicht landschaftlich an sich die interessanteste aller Strecken letztendlich ist es halt recht viel ja Natur in diesem Sinne also es gibt halt nicht besonders viel her im Sinne von Berge oder was ähnliches was haben wir denn da noch 185 aber dennoch finde ich halt von der Ausgestaltung insgesamt eigentlich die Strecke vollkommen in Ordnung ja zum Zeitpunkt der Aufnahme ist immer noch nicht so ganz klar welche neue Strecke kommen wird welche neue deutsche Strecke kommen wird auf der Roadmap steht ja nur deutsche Strecke das wäre natürlich jetzt interessant zu wissen was kommt als nächstes was wird uns erwarten ist das also ich hoffe dass das wieder was landschaftlich eher so interessantes ist nachdem wir jetzt zum Beispiel Dresden Chemnitz hatten was ja auch wirklich unglaublich schön gestaltet ist teilweise wirklich sehr sehr bergig und wirklich extremst gut gemacht hoffe ich dass wieder so eine ähnliche Strecke kommt also jetzt nichts im Sinne von norddeutsches Flachland zum Beispiel jetzt nicht so meins also zum Beispiel sowas wie Kiel Lübeck fände ich zum Beispiel jetzt recht langweilig ehrlicherweise oder dass sich da jemandem zu nahe treten möchte okay ja Baureihe 218 lässt sich dort ganz gut fahren das wäre natürlich ein gutes Argument für so eine Strecke aber an sich ich fände jetzt Kiel Lübeck einfach nicht so als nicht so die interessanteste alle Strecken und es gibt auch viele andere Strecken in NRW oder in was weiß ich wo jetzt nicht allzu interessant auf mich wirken aber es gibt nun mal eben auch sehr viele interessante Strecken zum Beispiel im Landesrhein im Rheintal im Moseltal in Süddeutschland gibt es unglaublich viele wirklich sehr schöne Strecken also schön im Sinne von wirklich bergig und und landschaftlich einfach sehr sehr abwechslungsreich und interessant sowas wäre natürlich sehr sehr schön also das ist das was ich hoffe entweder irgendwas im Bereich Rhein oder Mosel oder etwas Bergiges das fände ich eigentlich ziemlich cool ich wäre auch mit Hamburg Hannover zufrieden das ist zwar wiederum jetzt nicht die interessanteste aller Strecken aber an sich dennoch eine sehr sehr coole Strecke und mit sehr viel gutem Rollmaterial mit sehr viel Potenzial sagen wir es mal so so der halt weich wie eine Scheibe Butter Türen auf was hier cool gemacht ist an der Stelle hier dieses Nebenbahnsignal oder also das ist doch so eine Art Nebenbahnsignal dass die das hier mit eingebaut haben Hut ab Hut ab Hut ab ich meine die Strecke das führt ja auch das haben wir glaube ich schon mal zusammen angeguckt hier in diesen Tunnel rein und da geht es aber dann auf der anderen Seite nicht mehr besonders lange weiter also wir können ja auch wirklich hier einmal so durchfliegen ich beeile mich mal ein bisschen hier ah hallo na schade okay ja aber da hinten da ist halt auch nicht mehr viel mehr Tür zu und mit 80 fahren wir aus ach so okay laut Hut dürfen wir tatsächlich 160 auch schon fahren ja gut okay dann können wir jetzt auf Streckengeschwindigkeit wieder hoch also Hable on the table und auf geht's also irgendwie ist das FPS technisch nicht so ideal heute ich weiß nicht woran das liegt vielleicht lädt der PC irgendwas im Hintergrund so Eschweiler in 5,3 Kilometern und das ist dann nicht mehr allzu weit von Aachen ich glaube danach folgt nur noch Aachen Rote Erde oder Eschweiler nee Stolberg Rote Erde danach Und dann ich nehme ich nehme und meine ich nehme ich nehme aus ich nehme zu und Vor-Signal ist grün, sehr gut. So, 2,8 Kilometer noch. Bremsen wir mal langsam, langsam rein. Oh, da ist eine Ankündigung auf 60, dann müssen wir ein bisschen stärker reinbremsen. Theoretisch würde jetzt die Bremskurve runterlaufen. Auf 85. So, ab da 60. Vermutlich geht es jetzt einmal über die Weiche. Weiche. Nee. Gut, hätte mich auch gewundert, warum es da jetzt über die Weiche gehen sollte. Aber jetzt geht es hier über die Weiche nach rechts. Was? Und jetzt geht es. So, jetzt geht es. So, wir bremsen rein. Und halten hier vorne. Aha, der Intercity, der schleicht hier so lang. Und halten hier vorne. Tja, der muss jetzt warten auf uns. Ärgerlich. Also nicht für uns. So, Ausfahrt mit 60. Ciao, ciao. So, 60 sind erreicht. Und dann müssten wir eigentlich, genau, auf Streckengeschwindigkeit 120 hoch dürften. Und das dürfen wir auch. Und wir haben langsam Fahrzeuge erwarten. 110 steht da. Die Frage ist, was bedeutet das langsam Fahrzeuge erwarten? 60, 50, 40. Ich lasse jetzt einfach mal nur rollen. 60. Okay. 1,5 Kilometer noch, dann müssen wir auch schon wieder halten. Okay, interessant. Wir müssen nochmal aufs Gegengleis. Vielleicht überholt uns der Intercity wieder. Doch, wer weiß. Der scheint jetzt auf jeden Fall freien Fahrt zu haben. So, dann halten wir jetzt mal langsam an. Also bremsen wir rein. Ja, also theoretisch müsste jetzt rechts gleich der Intercity wieder dran an uns vorbeibrausen. Wobei, der hat jetzt auch dort dann halt, also von daher wird er nicht an uns vorbeibrausen. So. Tür auf. Stehen wir mal auf. Tja. Tja. Was ist das? Ich dachte, ich hätte das Enhancement Pack für die Strecke installiert. Hatte ich auf jeden Fall. Wo ist das hin? Das muss ich mir nochmal angucken. Definitiv, das fehlt. Da ist er. Oh, gute Frau. Ey, sie auch. Oh, gut. So, ab hier gilt Langsamfahrt. Also fahren wir mit 60 erstmal weiter. Ach, schau an, der Gegenzug hat auch auf uns gewartet. Auch hier der Flirt. Na, das klingt aber witzig. Sehr schön. So, dann dürfen wir, glaube ich, auf Steigengeschwindigkeit hoch. Oder ich mach's jetzt zumindest. Also 140. Laut, hart. Denn wir haben noch ein ganzes Stück bis Rote Erde. Sind ja noch 6 Kilometer. Da wollen wir jetzt nicht rumtrödeln. Und... ... ... ... ... Und jetzt einmal durch die beiden Tunnel durch. Und hier waren wir direkt auch mal. Ah, schön, dass es... Hört ihr das? Das ist ein unterschiedliches Sound im Tunnel. Mir war nicht bewusst, dass das im TSV eingebaut ist, tatsächlich. Aber schön, schön. Das freut mich. So, Leistungsstelle schon mal auf 0. Jetzt ist die Lok wieder da. Ja, das gibt es manchmal bei Repaints. Aber ich habe gemerkt, das hilft, wenn man dann praktisch einfach ganz kurz in die Außenkamera springt und dann wieder rein in den Führerstand und dann sind die Fahrzeuge wieder da. So, da vorne blinkt es. Ankündigung auf 120. Und wir fangen an zu bremsen, denn wir sind gleich da in rote Erde. Das ist die hunderte Ankündigung. So, der Bahnsteig ist recht kurz, also Geben wir mal ruhig mit etwas mehr Bremsleistung rein. Ich würde sagen, das zählt noch. Immerhin ist die erste Tür noch am Bahnsteig. Ja, gut, dass wir uns einig sind. Aha, aus der Richtung müsste ein Zug kommen. Mal schauen, wann der kommt. Ich kann ja hier mal Signal spielen. So schaut ein Signal auf die Strecke. Dann machen wir jetzt mal die Tür zu. Die Türen sind zu. Und dann geht es los. und dann geht es los. ein bisschen runter, da vorne gelten 70 so, dann können wir den V-Soll-Steller auch runternehmen jawohl und die Ankündigung auf 40 so und halt zu erwarten und hier im Bahnhof ist natürlich auch mal wieder ordentlich was los ICE-Talent 2 und wir fahren jetzt auch noch hier ein na, was macht denn die Baureihe 403 hier? ich glaube, die kann nicht viel weiter als Aachen kommen, ne? vielleicht endet die hier BART9 they wo die gut dann haben wir das geschafft mit diesem bild verabschiede ich mich von euch danke fürs zusehen alles gute alles liebe